Der Motor ist kalt. Zündschlüssel rein. Schock ziehen und Kupplung gezogen halten und anlassen, das bringt sofort an. So, Sitzkissen einbauen, Schraube weg. Kissen einhängen. Und hinten wieder verschrauben. Kettenöle auffüllen, Seitendeckel runterziehen. Dann kann man hier das abmachen und kann durch diese Öffnung den Kettenöler befüllen. Dann kann man hier das abmachen. Dann kann man hier das abmachen. Dann kann man hier das abmachen. Dann kann man hier das abmachen.